Mitteldeutscher Rundfunk, Anstalt des Öffentlichen Rechts, Fernsehdirektor Herrn Wolf-Dieter Jakobi, Leipzig. Ich zahle nicht für Kriegshetze. Kein Rundfunkbeitrag von meiner Nummer. Sehr geehrter Herr Fernsehdirektor Wolf-Dieter Jakobi, Sie antworteten mir, vertretungshalber, auf meinen Brief an die Intendantin des MDR, Frau Prof. Dr. Carola Wille. Das ist gut. Dafür danke ich Ihnen. Erwartet hatte ich es nicht. Es zeigt mir jedoch, dass Sie beim MDR an einem Dialog mit den Bürgern prinzipiell interessiert sind. Nun lautet für mich die Frage, wie der Dialog aussehen soll. Werden die Bürger als gleichberechtigte Partner angesehen oder werden sie nur belehrt, obwohl sie die Musik bezahlen? Normalerweise müssten die Bürger ja auch bestimmen, welche Musik gespielt wird. Das ist nicht der Fall. Bestimmt wird die Musik derzeit von Parteien über die Rundfunkrede. Parteien, die im wesentlichen Bereichen eine Politik veranstalten, die genau das Gegenteil darstellt, was die Mehrheit der Bevölkerung wünscht. Sie erleben das immer dort, wo Menschen sich, in welcher Form auch immer, über die Inhalte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, in Klammern ÖRR, artikulieren. Im Neuland Internet zum Beispiel, in der seitens des ÖRR Diskussionen zumeist schnell, geschlossen, Kommentare oft gelöscht oder auch Informationen verfälscht werden. Sie sind da durchaus etwas überfordert. Ich habe dutzende Beispiele allein dafür. Die ÖRR-YouTube-Kanäle und die Seiten der einzelnen Sender sind da eine wahre Fundgrube. Und nein, Ihre Vermutung ist nicht richtig. Natürlich beziehen sich meine Zahlungsunwilligkeit und meine harte Kritik nicht nur auf den MDR, sondern auf den kompletten öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Nur Sie, der MDR, wollen von mir das Zwangsgeld. Deshalb sind Sie mein Ansprechpartner. Sie stehen persönlich, wie jede oder jeder Beschäftigte in diesem Zusammenhang, in der Verantwortung. Genau wie jemand, der in der BAD Waffen produziert, mit denen gerade täglich Menschen in der ganzen Welt umgebracht werden. Ja, das setze ich gleich. Dazu später mehr. Und Sie arbeiten mit Vermutungen. Möglicherweise ist das ein allgemeines Problem der Medien. Bewusst oder unbewusst. Meine Kritik zielt dabei auf den Ausschnitt des öffentlich-rechtlichen Programms, den ich wahrnehmen kann. Über Kommunikation mit anderen Menschen, die da Manipulation durch die Mainstream-Medien fast vollständig unterliegen. Über im Internet diskutierte Ausschnitte aus Sendungen und insbesondere die Nachrichten. Und über die Rundfunknachrichten von unter anderem Figaro, Deutschlandradio Kultur, Bayern Radio, die ich im Auto hören kann. Ein eigenes Fernsehgerät habe ich ja seit vielen Jahren nicht mehr. Ich kann meine Zeit besser nutzen. Ich stelle nicht in Abrede, dass es gute Sendungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk geben mag. Gute Redakteure, gute Journalisten. Keine Frage. Der Ausschnitt, den ich wahrnehme, gelegenlich auch bei Freunden im TV, bei dem es sich im weitesten Sinne um Politik handelt, die in viele Lebensbereiche hereingreift, kann nur als einzige Katastrophe bezeichnet werden. Denn jede Nachrichtensendung, stündlich oder halbstündlich, auch in Figaro, ich betone jede, die ich hörte, ist tendenziös, manipulativ, mit Halbwahrheiten oder gar mit Lügen oder eben auch Kriegshetze besetzt. Das ist eine ziemlich schlimme Bilanz. Und das trifft auch auf die TV-Nachrichten zu. Gerade auf die, weil diese ja für die Menschen mit wenig Zeit so eine Art Informationsguru sind. Sie glauben fest daran, weil sie keine Zeit oder Lust haben, sich breiter zu informieren und die Fehler deshalb nicht entdecken können. Deshalb sind diese Nachrichten auch sehr gefährlich, wenn sie falsch sind. Ein Ritual in vielen Familien, in dem die Hörner regelrecht verstrahlt werden. Da hilft auch die Narrenkappe-Anstalt nicht mehr. Mein außerordentlich schwerer Vorwurf der Kriegshetze ist allgemeiner und konkreter Natur. Denn es betrifft die gesamte Berichterstattung zu Ukraine, zu Syrien, Libyen, Gaza, Iran etc. Und das kann ich nachweisen an vielen Dutzenden Beispielen, die ich sammle. Ich gebe Ihnen hier ein Beispiel anhand der Ukraine. Ich habe neben vielen sich breiter informierenden Menschen einer Operation unter falscher Flagge erwartet. Es war vollkommen klar, dass solche eine Operation erfolgen würde. Und nicht nur eine, sondern mehrere. Denn die Russen und insbesondere Wladimir Putin haben aus ihrer Geschichte gelernt. Im Gegensatz zur deutschen Führung. Oder sollen wir besser Pseudo-Führung sagen? Erinnern Sie sich, Herr Jakobi? Ich schrieb Frau Prof. Wille am 4.5.2014 genau von dieser Erwartungshaltung. Das war weit vor der Operation unter falscher Flagge MH17. Aber nach der Operation unter falscher Flagge Sniper auf dem Maidan. Warum wusste ich das vorher? Habe ich eine Glaskugel? Nein, die braucht man nicht. Man muss nur mehr und besser recherchieren, als es die Mainstream-Medien derzeit tun. So einfach ist das. Man darf sich nicht auf private Nachrichtenagenturen oder andere Medieninformationen verlassen. Und man sollte schon wissen, wem die Informationsquellen gehören, die man nutzt. Bezüglich der US-Quellen sind die Eigentümer von allen wesentlichen Medien vier Rüstungskonzerne und zwei Ölkonzerne. Können Sie sich vorstellen, was die für ein Interesse haben? Und ich sehe es mal positiv in Bezug auf Sie. Die treiben Sie und andere Medien, Menschen und Politiker gerade vor sich her. Und zwar sehr gut organisiert. Gute Journalisten wüssten, um was es im Einzelnen in der Ukraine geht. Sie könnten es in alten Büchern nachlesen. Zum Beispiel bei Zbigniew Brzezinski, dem polnischstämmigen US-Präsidentenparader. Der schrieb vor Jahren ganz klar, was bezüglich der Ukraine geschehen sollte, um die Hegemonie der USA zu erhalten. Im Übrigen nannte er eines seiner Bücher bezeichnenderweise das große Schachbrett. Und glauben Sie mir, wer noch nicht mal weiß, was eine Ruchade ist, sollte sich eher Mau-Mau widmen, aber nicht Schach. Und den Eindruck vermitteln auch die öffentlich-rechtlichen Medien mit ihren Reportern, die oft genug fernab vom Geschehen sich etwas aus den Fingern saugen. Soweit zu ihren Reportern. Auch dafür gibt es Beispiele zuhauf. Ihren konkret angesprochenen MDR-Reporter kenne ich allerdings nicht. Nun, sie war 1979 noch sehr jung. Vielleicht zu jung, um sich mit Politik zu beschäftigen. Ich habe damals den Glauben an den Sozialismus verloren, als die Russen in Afghanistan einmarschierten. Denn Sozialismus und Frieden gehörten für mich immer zusammen. Ein Ergebnis von zu viel Manipulation, unter anderem durch die DDR-Presse und die aktuelle Kamera. Parallelen zur heutigen Zeit sind kaum zufällig. Und für 1968 war ich wiederum noch zu jung. Auch in der DDR kannte man an bestimmten Stellen Bernays und Goebbels. Und kaum jemand las Klemperer. Und für mich ist Frieden ein Lebensprinzip. Wer Krieg oder Gewalt anfängt oder diesen auch nur in Erwägung zieht, um bestimmte Ziele wie strategische Positionen, Land, Rohstoffe zu erobern oder Diktaturen in Anführungszeichen zu überwinden, ist für mich ein Verbrecher. Krieg ist nur als Verteidigungskrieg erlaubt. Und so denken bestimmt die meisten Menschen. Und hier setzen heute die Medien an. Das ist auch ihre persönliche Verantwortung. Anstatt alles zu tun, um Frieden zu bewahren, gießen fast alle Medien Öl ins Feuer. Insbesondere durch Vorverurteilungen, die die Menschen natürlich oft übernehmen und zu falschen Schlussfolgerungen verleiten. Da setzen sich falsche Feindbilder in den Köpfen der Menschen fest. Genau wie 1914 oder zu Goebbels Zeiten. Da wird ein Putin, der das totale Ausrauben Russlands durch westliche Konzerne gestoppt hat, was ja wohl ganz klar im Interesse Russlands und dessen Bevölkerung ist, zum absolut bösen Diktator abgestempelt. Und ein Killer, der jeden Dienstag im Weißen Haus völkerrechtswidrige Mordbefehle unterschreibt, dessen Administration in über 150 Ländern Militärstützpunkte unterhält, zu Friedensenge und Freiheitsikone. Das ist absurd. Da empfehle ich wirklich jedem Medienarbeiter dringend das Buch 1984 von George Orwell. Und hier gibt es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten für das Handeln der Medien. Erstens, die Journalisten sind zu blöd oder erhalten nicht genügend Geld. Das bekommen ja Jauch, Beckmann und Will für ihre Schwätzerrunden. Für eine ordentliche Recherche. Dann darf der öffentlich-rechtliche Rundfunk ja keinesfalls eine Entlohnung dafür erwarten. Sie bezeichnen ja den MDR durchaus als Unternehmen auf ihrer Homepage. Schlechtleistung wird in der Wirtschaft, in der Unternehmen eine Rolle spielen, nicht honoriert. Im Gegenteil, es zieht oft Schadenersatzforderungen nach sich. Ich hoffe darauf, dass der deutsche Mittelstand nicht nur in Sachsen und die gerade kurzarbeitenden und arbeitslos werdenden Menschen die Verantwortung der Medien in diesem perfiden Spiel erkennen, also auch ihre, und sich persönlich an sie wenden, gegebenenfalls auch mit Schadenersatzforderungen. Denn die Wahrheit muss und wird ans Licht kommen. Nun gibt es die zweite Möglichkeit. Das Wissen um die Dinge ist vorhanden, es wird aber unterdrückt und den Menschen nicht berichtet, beziehungsweise man unterlässt wissentlich die Recherche zur notwendigen Aufklärung. Nun, das ist eine heiße Kiste, verstehen Sie? Ich habe dafür einige Anhaltspunkte. Wenn es solch einen Mechanismus tatsächlich gibt, geht das schon in Richtung Bildung einer kriminellen Vereinigung zum Schaden der Menschen. Im Falle eines Krieges auf Grundlage falscher Fakten und Berichte, auch aus Ihrem Sender werden die Angehörigen der toten Soldaten die Schuldigen suchen und finden. Ist Ihnen klar, welche Verantwortung Sie damit auch persönlich tragen, für Ihre Angestellten und für sich selbst? Wenn die Menschen merken, dass sie massiv belogen werden, müssen sie damit rechnen, dass sie sehr ärgerlich werden. Karl Friedrich von Weizsäcker schrieb darüber schon 1983 in seinen Aufsätzen in »Der bedrohte Friede«, lassen Sie dessen Vorhersagen nicht Wirklichkeit werden. Sicher gibt es noch mehr Möglichkeiten für Gründe einer falschen Berichterstattung oder einen Mix aus mehreren. Ich denke, die zwei wesentlichen genannt zu haben. Wo sehen Sie sich und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Das möchte ich gern von Ihnen wissen. Kommen wir also auf die Ukraine, Brzezinski und die öffentlich-rechtliche Rundfunkkriegshetze zurück. Brzezinski war damals, 1979, der Architekt der Falle für die Sowjetunion. Er schrieb später darüber, dass es gelungen sei, die Sowjetunion in ihr Vietnam zu locken. Daraus entstand damals übrigens Al-Qaida. Oder im Volksmund auch Al-Ziaida. Heute auch ISIS, ISIL, IS. Alles bekannt und dokumentiert. Vor kurzem auch in der Washington Post. Dieser Krieg hat die Sowjetunion ausgeblutet und Streitpunkte für die Zukunft geschaffen. Krieg legt immer auch die Wurzeln für neue Kriege. Brzezinski schrieb dann weiter, dass man bezüglich der Beherrschung Eurasiens und damit de facto der Welt sich besonders um die Ukraine kümmern müsse. Und das tat man dann auch. NATO-Osterweiterung trotz Versprechungen gegenüber Russland. Dies nicht zu tun. Milliarden Schmiergelder für die Vorbereitung der Übernahme der Ukraine durch willfährige Politmarionetten und, in Klammern, faschistische Verbrecherorden. Ein teuer und komfortabel bezahlter Rundfunk muss diese Zusammenhänge kennen. Und auch die Ereignisse, die ich im letzten Brief beschrieb, auf die sie überhaupt nicht eingegangen sind. Die allein schon Beweise dafür sind, dass wir bei den US-Administrationen prinzipiell auf der Aggressorenseite stehen. Was nicht heißt, dass auch Russland klare geopolitische Interessen hat und verfolgt. Nur eben im Vergleich zu den USA in den letzten Jahrzehnten wesentlich weniger aggressiv als die USA und die NATO. Wer das verdreht, und genau das passiert gerade in breiter Front in den Medien, ist ein verdammter Lügner und Kriegshetzer. Aggressoren sind in den vergangenen Jahrzehnten die USA und die NATO. Warum hört man eigentlich so wenig über die Annexion der Golanhöhen? Hingegen hören wir von einer Annexion der Krim, die gar keine Annexion, sondern eine Sezession war. Darüber gibt es Rechtsgutachten. Natürlich ist das keine ganz einfache Frage zur Einschätzung. Aber mindestens die Diskussion darüber sollte stattfinden. Finde sie aber nicht. Die Medien schreien unisono, Putin hat die Krim annektiert, Putin will die Ostukraine annektieren, will Putin auch die baltischen Staaten, Finnland oder wer weiß wen annektieren. All solche oft sehr fein manipulativ gesetzte Aussagen sind eindeutig Kriegshetze, weil sie mit Putin den Bösen an sich erschaffen. Wenn das die privaten Unterschichtensender machen, dann können sie das, weil die ja eben solche Eigentümerverflechtungen wie in den USA aufweisen. Vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist definitiv anderes zu erwarten. Allein schon deshalb, um eine unkontrollierte Entwicklung, wie sehr schön im Schlafwandler von Christopher Clark beschrieben, zu Beginn des Ersten Weltkrieges heute zu verhindern. Die Medien also, sie, müssen alles dafür tun, den Frieden zu bewahren, die Wogen zu glätten und absolut sachlich und objektiv zu berichten. Das tun sie derzeit nicht. Ich habe im Zusammenhang mit dem Abschuss von MH17, wo ich in dem Moment, in dem ich davon erfuhr, eine False Flag Operation vermutete, eine Woche lang die Hauptnachrichten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks aufgezeichnet. Ein Beweisstück für die totale, aber sehr geschickte Manipulation. Jedes Kind wird die Manipulation erkennen. Zugegeben, Kinder sind oftmals noch klüger als Hochintelligente, aber durch Interessen oft unbewusst im Denken erstarrte Erwachsene. Und nun frage ich sie. Wo sind die Untersuchungen zu den Sniper-Morden auf dem Maidan? Damit hat man den Zorn der Massen hochgekocht und einen illegalen Sturz des zugegebenermaßen üblen Janukowitsch-Regimes erreicht. Was ist passiert? Eine Oligarchengruppe wurde durch eine US-genehme Oligarchengruppe ersetzt. Mit 5 Milliarden US-Dollar kann man viel machen. Auch einen Yeltsin II, den besoffenen Schokoladenkönig, einsetzen. Übrigens, allein die Bezeichnung Schokoladenkönig ist eine Manipulation. Allerdings eine noch leicht durchschaubare. Denn mit Schokolade sind zumeist positive Gefühle bei den Menschen verbunden. Ich hörte sogar den Begriff guter Oligarch. Da fällt einem nichts mehr dazu ein. Egal ob die Oligarchen nun aus der Ukraine oder aus Russland sind. Oder aus der BRD, um das auch nicht zu vergessen. Wo sind die Berichterstattungen zu den Untersuchungen des Abschusses von MH17? Wo ist die nötige Aufklärung dazu? Das ist der Vorwand für die Sanktionen gegen Russland. Wo ist die kriminaltechnische Untersuchung mit Beweisen für die Urheberschaft? Wo sind die US-Satellitenbilder? Wo sind die AWACS-Aufzeichnungen? Wo ist die Analyse der Flugschreiber? Wo die forensische Untersuchung der Toten? Wurden die veröffentlichten Videos geprüft, die merkwürdige Aufzeichnungen enthalten? Kein Blut an der Fundstelle, sondern Formaliengeruch der Leichen. Wintersachen in den Koffern. Keine europäisch, sondern nur asiatisch aussehende Menschen. Auf den sichergestellten Mobiltelefonen und Notebooks keinerlei Dateien aus 2014. Dosenfleisch sagt man in Geheimdienstkreisen. Da legen Politiker Sanktionen gegen Russland fest, ohne einen Beweis. Ist ihnen klar, was das bedeutet? Ist ihnen persönlich das wirklich klar? Dafür gibt es nur einen Grund. Die Wahrheit ist für die den Ton angebenden Kreise nicht wichtig. Es war eine geplante Aktion, die diesen Wirtschaftskrieg gegen Russland zum Ziel hatte. Die möglicherweise einen heißen Krieg zum Ziel hat. Einen Krieg, der wahrscheinlich auch ihr Leben fordern wird. Und das ihre Familie. Und das möchte ich nicht. Stellen Sie sich das vor. Ihr Leben ist mir wichtig. Ich will nicht, dass wir beide uns wieder in einem Krieg gegen Russland vorfinden, wie bereits zweimal zuvor im vergangenen Jahrhundert unsere Vorfahren. Mein Großvater lag 1941 ca. 30 km vor Moskau in Angst, Kälte und Scheiße. Kam nur durch einen Lungendurchschuss mit dem Leben davon. Weitere Verletzungen an Körper und Psyche im verdauernden Krieg und elender amerikanischer Gefangenschaft hatten tiefgreifende Auswirkungen. Auswirkungen, die auch heute noch in vielen Familien spürbar sind. Die aber immer mehr aufgearbeitet werden. Und nun stehen die gleichen Verbrecher von damals da und wollen einen erneuten Weltkrieg anzetteln. Und Kohorten von unwissenden Menschen schlafwandeln dumm in dieses Szenario hinein. Auch wegen der von ihnen persönlich mitzuverantworteten Propaganda. Wenn überhaupt jemand von einem neuen Krieg profitieren würde, wäre das der militärisch-industrielle Komplex, der über den USA steht. Die verdienen im Übrigen ja jetzt schon an der verschossenen Munition und den damit verbundenen Opfern auf beiden Seiten. Momentan wartet der Sohn des Vizepräsidenten der USA, Hunter Biden, sehnsüchtig auf die Möglichkeit, in der noch nicht freien Ostukraine, die Schiefergasvorkommen mit seiner Ölfirma auszubeuten. Ganz bestimmt nur für die Ostukrainer. Oder war das doch eine Investition mit den 5 Milliarden US-Dollar? Die müssen schnell wieder eingespielt werden. Gerne auch mit der Bombardierung der eigenen Zivilbevölkerung durch die ukrainische Armee. Deutlicher kann es uns nicht gezeigt werden. Wer hier keine Zusammenhänge sieht, muss wahnsinnig sein. Sie als exponierter Medienvertreter haben eine hohe Verantwortung. Agieren Sie nicht, wie im Buch das Medienmonopol von M. A. Werek zu lesen ist. Die gefährlichsten Massenvernichtungswaffen sind die Massenmedien. Denn sie zerstören den Geist, die Kreativität und den Mut der Menschen und ersetzen diese mit Angst, Misstrauen, Schuld und Selbstzweifel. Und glauben Sie nicht, dass Sie irgendeine VIP-Card wegen hervorgehobener Stellung haben. Ist Ihnen klar, auf welche Seite Sie gehören? Entscheiden Sie sich für Frieden. Tun Sie das und bringen Sie und die anderen Verantwortlichen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf Friedenskurs, überlege ich auch wieder Gebühren zu zahlen. Der Frieden ist es mir wert, wenn auch viele andere offenen Punkte, bei der Zwangsgebühr verbleiben. Freundliche Grüße. PS. Bevor ich es vergesse. Können Sie sich vorstellen, dass man als Mitarbeiterin oder als Mitarbeiter eines Unternehmens oder einer öffentlich-rechtlichen Einrichtung eine Strafanzeige wegen diverser schwerer Vergehen, unter anderem wegen Beteiligung zur Vorbereitung eines Angriffskrieges, erhalten kann? Ich persönlich glaube, dass das durchaus möglich ist. Leider fehlen mir derzeit die finanziellen Mittel, um selbst aktiv zu werden. Doch es ist durchaus möglich, dass andere so etwas vorbreiten und durchführen werden. Und wir dem Journalisten oder Politiker oder anderen Verantwortlichen, den das trifft. Und wenn bei solch einem Prozess herauskommt, das systematisch Nachrichten unterdrückt, redigiert oder geschönt werden, haben wir dazu noch den Tatbestand einer kriminellen Vereinigung. Das ist etwas ganz anderes als der zivilrechtliche Angriff, den Sie gerade auf meine Wenigkeit durchführen. Ich mache Ihnen im Übrigen ein Angebot. Für die knapp 600 Euro Zwangsgebühr, mit denen Sie mich angehen, gestalte ich Ihnen eine 90-minütige Sendung in ARD, CDF, MDR, in Form einer Diskussionsrunde mit Gästen, die Stimme und Gegenstimme vertreten. Zu einem wichtigen aktuellen Thema. Ukraine, Gaza, Syrien, TTIP, CETA, Energie, Gesundheit, Demokratie oder Ähnliches. Für lächerliche 600 Euro. Und gehen Sie davon aus, dass diese Diskussion anders sein wird. Wahrscheinlich bin ich in der Moderation nicht ganz so geübt. Doch es wird einige Regularien geben, die statt Streit und Beharren auf den eigenen Positionen eben das, was letztendlich zu Krieg führen muss, im Kleinen wie im Großen, das Verständnis und die Annäherung in den Vordergrund stellt. Dazu nicht gewählte Teilnehmer würden der Diskussion von sich aus fernbleiben. Bei der Runde von Anne Will würden Sie im Übrigen einen fünfstelligen Betrag sparen. Was halten Sie davon? Alternativ kann ich auch die Evaluierung einer Nachrichtensendung oder eines Magazins mit politischen oder wirtschaftlichen Inhalten vom Wortlaut der Semantik, Memetik und möglicher manipulativer Wirkung vornehmen. Man sagt ja, die Fehler im eigenen Hause erkennt man schwer, wenn man lange dabei ist. So könnten Sie vielleicht besser erkennen, was ich mit Manipulation und Kriegshetze meine. PS 2 Und sehen Sie, Ich finde es zutiefst unmoralisch, dass die Menschen aus 1111 Haushalten für das üppige Gehalt von Frau Professor Wille zahlen müssen. Das sind oft Menschen, die sich kaum noch neue Sachen kaufen oder sich gesunde Lebensmittel leisten können. Und es ist gleichfalls Irrsinn, dass die Menschen aus mehr als 50.925 Haushalten allein für ein einziges Sendeformat bezahlen müssen. Sorry, selbst wenn Günther Jauch ein guter Talkmaster ist. Auch der manipuliert allerdings kräftig. Das ist krank! Und widerspricht meines Erachtens auch einigen in Klammern rechtlichen Regeln des Zusammenlebens der Menschen. về Ausgann! Zurück zu Frau.